Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreadsfusion Folge 6 Trickser Bis zum ganzen Wichser Macht eine fast tolle und weitere tolle Tricks Also, Superman macht den Dorf Schauen wir mal Superman Er macht Sagen ab Das ist nicht richtig Lass dich von deinem eigenen Bike überfahren LOL Wie viel brauche ich jetzt noch? 6,50 Also 5 6,50 Also 5 Die 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 Cindy, lass uns heute Spaß machen. Geh in your best shot, and don't forget to retry and end time. . Hey, I didn´t see you again. This is a B-O-L-I-A-N-T. . Also ich brauche nur noch 3 Stücken und dann habe ich nichts mehr vorgeschreitert. 1.700 Sagenpunt. Wir möchten das noch auf Gold lassen. Also wir können es schaffen. Ein Paradies wie den Glamber. Gold 42 Sekunden. 3.000 BMW. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Observatorium Gold 42 Sekunden ohne Fehler WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh. Und wieder Goldmedaille gewonnen und wieder Schlagschnellbrotting. Ich brauche nur eine Medaille. Ja, es ist gut. Da bin ich im Platz 1. Ich weiß, ich bin im Platz 1. Aber ich bin ein bisschen. Was ist denn alles Snoop, Snoop, Snoop. So. Oh. Nur eine Medaille und dann... Mal bei Krillfänger. Null Fehler, 43 Sekunden. Okay. So, ich bin der Grund bei Krillfänger. Ich nehme das mal an. Oh. Und jetzt geht's los. Ich nehme das mal an. Just keep trying, and we start frankly alone. Neue, neue, da gibt's euch noch ein Regenwald drin. Du hast die Goldmitteil gewonnen, du schlägst ein. Boah, ne? Level 23. 1.200 Rehabilität gesammelt. So. So. Strandbungalow. Jetzt hab ich das heiße Mod dran genommen. Egal. Vergiss nicht ein paar Urlaubsbilde zu machen. Neue. Ja! Du hast die Silbermedaille gewonnen. 2.000 Geld gesammelt. Outfit Vollstrecke. Sumpf Crash. Um Himmels Willen. Heiliger Bim Bam. Any sightings of a boy, age 12, cavorting with monkeys, should be reported to Samsara in the streets. Whoa! Was ist die Silbermedaille gewonnen? 2.000 Karrieregeld gesammelt. Droppel im Tempel. Darum Aliens. Was ist die Silbermedaille gewonnen? Was ist die Silbermedaille gewonnen? Nee? Was ist die Silbermedaille gewonnen? Du hast die Goldmedaille gewonnen, du schläfst Reborn Evil. Noch 12 Medaille des nächsten Wolves scheint. Level 25, 4000 Karriere, Glück gesammelt. Tropensturm. Es war eine finstere und stürmische Fahrt. Oh je. Was haben Sie? Ah! Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.